Herzlich Willkommen zurück im Irrenhaus. Wir machen heute weiter mit unserem Display Opening. Dritte Runde. Bisher blieb das Glück ja schon so ein bisschen aus. Ich bin gespannt, was heute drin ist. Wir tun heute mit Hut am Start, alles klar. So, heute fangen wir an mit Empoliang. Echt? Ja. Das ist ganz Neues. Ganz neue Sippen hier. Man muss ja auch mal ein bisschen mutig werden. Also dadurch, dass ja auch irgendwie das große Glück noch ausgeblieben ist. Ist die jetzt rein davon? Ja. Ich war mir auch gerade unsicher. Die hätte jetzt auch auf der Seite tun können. Das ist nur die Energiekarte. Energie, zwei Seiten. Nein. Tosca, Ciavo, Quavo, Cloncat, Spoink, Tusca, Flurgas. Rasa. 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 Is it. Lala. Schau mal rein. Die komische Zigarettenschachtel. Schnorger. Vermicula. Schrup. Kikugi. Seba. Dammox. One's it. Luxury Reverse. So und das Starloss in Holos. Also sind wir bei den Holos jetzt gleich auf. Sehr schön. Das heißt du ziehst jetzt noch einen Drappel V, ich ziehe eine Wolauso Vimex und dann passt das. Das könnte tatsächlich sogar passieren. Das wäre witzig. So selten sind die Karten jetzt nicht. Das wäre einfach Gleichstand. Das wäre echt witzig. Das wäre wild, ja. Zeit zum Planschen. Oder du ziehst dieses Zerpeise. Dass das niemand haben will. Ich will kein Zerpeise. Ich hab schon Zerpeise. Das Ding als Full Art und das will ich bitte nicht haben. Alle andere Full Art Karten gerne, aber nicht dieses Mistvieh. Brauche ich absolut nicht. Hast du das gezogen? Gar nichts? Ja, gar nichts. Despotar. Scheiße. Scheiße. Aber die Booster sind wieder on point. Die gehen sehr gut auf. Das verdient auch. Sehr angenehm. Oh, ich hab was gesehen. Oh, es wird das Zerpeise sein. Ich erinnere mich noch. Als ich dieses Zerpeise gezogen habe. Es ist ein Zerpeise. Es ist ein Zerpeise. Ja, genau das. Kikuri. Pachirisu. Es ist ein Remax. Es könnte das Wula Uso Remax sein. Nein, es ist das andere Oshifu. Aber sehr cool. Witzig. Witzig. Wenn das jetzt das Rote gewesen wäre, wäre ja richtig. Witzig. Hätte nur noch mein Drapfe gefehlt. Ja, sehr geil. Sowas gab es noch nie. Einfach... Einfach instant dasselbe Display ziehen. Das wäre ultra lustig. Ich weiß nicht, ob ich das so lustig finde. Aber das Century ist tatsächlich diesmal... Sehr gut. Oben und unten kann ich nicht so gut sehen. Ich bin ja heute nervös. Aber das schaut bis jetzt sehr gut aus. Oh, hallo, 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 hallo. Seit 10 Jahren. Ohhhh. Eieieiei. Eieieiei. Damit bin ich übrigens vorne. Ja, ich weiß. Du hast noch keine Liege gezogen. Ahhhh. Ich bin schon gespannt aufs Schneiden. Wo der Geld-Counter denn jetzt ist. Entscheidet sich nachher bestimmt wieder so um 20 Cent oder so. Mal abwarten. Palin, Palin. 1, 2, 3, 4. Wupp. Water. Vom Famicula. Aluxi. Flunkkiefer. Und... Gar nichts. Ah, jetzt ja. Ich mag nicht mehr. Und jetzt zu barrischen. Ah, Son Gohan. In diesem Buch sind keine Hits drin. Witzig. Ja. Pflanze. Wo Pflanze drauf ist, ist auch Pflanze drin. Rappel. Rappel. Caputoro. Schwert und Entschuldigung. Ich kriege immer schlechte Laune, wenn ich die sehe. Schlurp. Kikugi. Sepa. Flakmon. Und Schlurplik. Surprise! Seht ihr diese Ausbeute? Ja, so sah meine erste Runde auch aus. Schatz. Schatz. Pokémon sagt gar kein Bock. Ne, heute nicht. Stahlenergie? Ah, das kann ja nichts werden. Ponyfrax. Wenn da etwas drin ist, das ist mein Bit. Quobble. Tragosso. Den kannst du dich schön abdrücken. Super. Habitat. Emantis. Ebitac. Und Humanolith. Wahnsinn. Ist das wie beschissene Hitray. Nochmal. Stahni. Ja. Hab ich ja schön aufgeholt. Geweinen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Weil er auch verjagt von Amri. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ne, nachdem wo die Preise hängen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.